Servus und Hallo bei Röntgen01 Platz 7 der größten Weltreligionen, Jüngle nimmt das Judentum. Ursprünglich war das Judentum Gottes Volk. 13,3 Millionen Israelis beten zu Jehova, dem Gott der Bibel. Grundlage für ihren Glauben ist heute die Tora. Die Tora besteht aus den 5 ersten Büchern Mose sowie aus rabbinischen Lehren. Somit bleibt für Juden heute 34 Bibelbücher von 39 des Alten Testaments uninteressant. Als die Könige Israels aufhörten, das Volk anhand der Bibel zu belehren, entstanden Sekten. Zwei Sekten, die Pharisäer und die Sadduzeer, bildeten sich. Vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 etablierten sich dann 5 Sekten, die nach den Farben der politischen Banner benannt wurden. Seit das Judentum im Jahr 1770 vor seiner Auflösung stand, spritte es sich in weitere kleine Untergruppen auf. Einige dieser Sekten lehnen die Aussprache von Gottes Namen Jehova heute ab, da sie wegen ihrer falschen Glaubensansichten fürchten, wegen der Aussprache von Gott bestraft zu werden. Tora Tora bedeutet Gebete. Juden müssten sich heute, neben den 10 Geboten, an 365 Verbote und an 248 weitere Gebote halten. Diese wurden vor allem von den verschiedenen Sekten festgelegt, um den Alltag der Juden streng zu reglementieren. Anders in vorchristlicher Zeit beteten Juden heute nicht mehr frei. Gebete werden reglementiert und müssen auswendig gelernt werden und zu festen Zeiten getätigt. Sabbat Der Samstag ist den Juden heilig. Die Klagemauer in Jerusalem ist übrigens das bekannteste Heiligtum der Juden heute. Etwa 15% aller Juden sind orthodox. Das ist die radikalste Form des Judentums. Sie sprechen heute den Namen Gottes auch nicht aus. Es handelt sich um eine Minderheit innerhalb des Judentums. Sie sind der Meinung, Gewalt gegen andere Religionsgemeinschaften wäre berechtigt. Euer Rönt01 Ich hoffe die Blende gefällt euch. Ich hoffe ihr schaut euch noch die anderen Religionen an und wünscht euch viel Spaß dabei. Servus!